Schon in der frühen Computerspielgeschichte träumten Designer wie Peter Moulineux davon, digitale Welten mit ihren eigenen Händen zu schaffen und spielerisch zu verändern. Diese faszinierende Idee greifen die Macher von Wonderful World auf. Aufbauend auf bestehende Augmented Reality-Technologien entwickeln sie ein nicht nur technologisch überzeugendes Produkt, sondern zugleich ein spielerisch und ästhetisch ansprechendes Erlebnis. Mit den Händen kann Sand aufgehäuft oder verschoben werden und fantastische Welten aus Bergen, Tälern und Seen entstehen. Die intuitive Kombination aus Haptik und Digitalität macht Lust zum Ausprobieren. Wir gratulieren zum dritten Platz in der Alterskategorie 21 bis 25 Jahre.